ok ich habe keine ahnung ab wann sie es aufgenommen hat das hat ein bisschen merkwürdig aus von meinem aufnahmeprogramm her deswegen sage ich jetzt noch mal wunderschönen guten morgen liebe freunde das sonne herzlich willkommen zu einer weiteren let's play fifa 18 ultimate team in paxis wir spielen aber haben drei spiele weg ich werde wieder überhaupt zu nichts kommen dieses wochenende also ich werde diese spiele nicht schaffen was wollte ich sagen ja wir testen wer mal wieder ich mein knab und werner haben sich nicht so viel genommen das habe ich mir schon gedacht ich hatte gedacht knabry wäre der bessere weil er einfach noch einen guten distanzschuss hat und so aber jetzt gab es auch schon häufiger mal situationen wo man sein linker fuß ein bisschen genervt hat und ich deswegen lieber wer testen möchte der halt vier ständer auf den schwachen hat mir fällt gerade ein wir müssen werden glaube ich noch den richtigen chemistry style geben ja nämlich basic auch bitte habe ich noch mal jetzt bin ich wieder etwas kaufen müssen ja wir haben noch einmal maestro so dann bin ich mal gespannt aber ich werde mit euch wie immer halt rang ist 500 vorlagen werner 10.000 tore aber egal stört mich nicht wenn ich jetzt wieder auf werner wechsel zumindest von den füßen her ein tick lieber und da haben wir auch werner als gegner im sturm man sieht in von knabry auch nicht so oft wird man sagen also die meisten scheinen wirklich dann eher zu werner zu tennieren wobei man sieht generell jetzt beide nicht wirklich oft mehr an den teams weil einfach meisten wahrscheinlich nicht wirklich ach verdammt jetzt habe ich vergessen da spielt in 4 1 2 1 wo die meisten spielen anscheinend einfach keinen keine bundesliga ist auch nicht schlimmes dann ist was besonderes wenn ich sie spiel so konzentrieren ich finde immer nicht gut ist immer der gleiche aufnahmetag freitag also ich kann heute einfach nicht meine beste leistung abrufen mein kopf ist irgendwie dumm von daher schauen wir mal aber trotzdem zu spielen ich habe mal Glück gehabt dass der nicht oder dass der noch geblockt wurde sagen wir mal so boah fuck schlecht antizipiert von mir ich habe gedacht er verteidigt anders ich glaube werner ist ein tick kopfball stärker als knabry aber da nehmen sich beide nicht so viel weiße 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 wenn er fällt dann anfang gefällt mir eigentlich das gefühl dass wir vorteile haben schade 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 um mich gerade zu konzentrieren deswegen rede ich nicht viel es wäre schade wenn wir das verlieren weil ich glaube wir haben auf jeden fall ich habe ihn zu gewinnen sehr schön dummer fehler hat wirklich bestraft wird geiler schuss dafür dass wer da kein keine distanzschüsse kann schön mit gelaufen die ganze zeit mit werner und immer darauf geachtet wo können wir jetzt mal überlegen und quer spielen und dann verlieren wir wieder zu billige dumme ballverluste da haben wir glück hat er leider richtig gut gemacht und wir haben total stümperhaft verteidigt und sind auch reingefallen das spiel aber auch gerade scheiße aber es steht trotzdem vorteil im spiel gegen das aber auf jeden fall besser geworden ist halt wieder so ein phänomen bis zum zack ist e e Oh man, gut. Kommt und lies, du hast doch einen geilen Schuss. Oh, kein Foul, interessant. Ich bin eigentlich meistens gepfiffen, wenn man da so körperlich reingeht. Und, oh, ich dachte, es wird ein Eigentor. Krass, es wird nur eine Ecke, ich dachte, es wird ein Eigentor, krass. Ich bin zufrieden mit meiner spielerischen Leistung, wenn ich leichte Vorteile sehe. Aber ich könnte einfach besser spielen. Wir haben auch viel zu viele dumme Ballverluste drin. Ich glaube, hier nach der Aufnahme erst mal eine Runde duschen gehen. Das macht mir meistens meinen Kopf ziemlich klar. Schön heiß duschen. Ich würde eh halt noch duschen gehen, von daher werde ich das, glaube ich, nach der Aufnahme machen. Alaba. Keine Lust. Okay, dann müssen wir mit Ginter ran. Krass. Da haben wir halt auch welche geschrieben. Sie würden lieber mit, also wir würden lieber mit Gnabry, da mit Werner, weil Werner halt immer umfallen würde, sobald jemand reinfällt. Das Gefühl hat er überhaupt gar nicht gehabt bei Werner. Und jetzt gerade eben halt auch schon wieder, dass Werner da sich körperlich gut durchgesetzt hat. Obwohl er halt echt keinen guten Stärkewert hat. Versuch. Viel zu riskant wieder da passt. Vielleicht nochmal abspielen müssen. Schade, dass den Werner nicht macht. Die macht doch normalerweise. Wir sind gerade ein bisschen abgef Dollar. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Ja, wir müssten auf jeden Fall 1-0 führen. Das ist jetzt schon mal fest. Wieder ein dummer Pass, war halt so klar, dass er nicht ankommt. Ach, Sokrates. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, das wäre ärgerlich. Wir fressen... keins. Wir müssten 1-0 führen. Wieso spiele ich denn in so einer offensichtigen Scheiße zusammen? Der Alaba war ganz schön krass ausgetrickst. Heftig. Jetzt wenn wir das verlieren, dann ist es eigenes Unvermögen, kann man nicht anders sagen. Wir sind zwar immer noch der bessere Spieler, hatten bisher die beste Chance im Spiel, der Alaba war ganz schön krass. Oh, Mist. Aber jetzt haben wir es wenigstens mal gut gespielt. Und kann ich leben. Und... Oh, Regie! Alu, Scheiße. Jetzt ist es langsam unverdient, dass wir hier 1-0, äh, 0-0 spielen. Musa eingewechselt? Danke, Kimmich. Alter, ich dreh durch. Was war denn das schon wieder von mir? Es war so klar, es war so verschissen klar, ey. Es war so verschissen klar. Wir werden das Spiel verlieren, es wird unverdient sein, wir werden uns drüber aufregen können, es ist nur ein Spiel, bla bla bla. Und es wird einfach zu einem gewissen Teil meine eigene Schuld sein. Zum Kotzen. Oh, es ist nur ein Tor, wir haben noch Zeit, aber wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden es verlieren. Es ist einfach... Es ist einfach so ein Spiel. Wir haben die besseren Chancen, wir machen Alu-Treffer, Gegner macht irgendeinen Schrott und schießt ein Tor. Wollte auf Werner passen. Ach, Mann. Das regt mich auf, das war das Spiel verlieren. Das war das Spiel verlieren. Geil, jetzt gewinnen wir das auch noch. Come on! Come on! Jetzt gewinnen wir das auch noch. Sehr nice. Hätte nicht gedacht, dass er Schuss reingeht, wenn ich ehrlich bin. Come on! Geiler Schuss! Geiler Schuss! Ich habe nicht getraut, zu passen auf Aranges. Deswegen habe ich geschossen. Warum steht denn jetzt Origi nicht mit? Ach, das geht doch. Okay, das geht auch. Fuck. Nice luck. Verlängerung, immerhin. Come on. Jetzt schießen wir noch eins. Komm schon. Komm schon, konzentrier dich, Idiot. Komm schon. Ich muss aufhören, diese scheiß Risikopässe zu machen. Aber immer in dem Moment, wo ich sie passe, denke ich mir so, ach, das geht schon. Und dann, nachdem ich sie abgeschlossen habe, weiß ich eigentlich, das war scheiße. Zweite Mal. zweitemal Alu wie Eyo Nussi den verschießt weiß ich auch nicht zweimal Alu im Spiel nice wo stellt denn der sich hin Sokrates CPU Kopfballtor was geht ab sehr geil Sokrates CPU Kopfballtor ich hab nicht gesteuert ich hab den Spieler vorgesteuert ich weiß gar nicht wer es war Ginter glaube ich passt auf na das sieht man hier nicht aber ich war es auf jeden Fall nicht sehr geil come on das gewinnen wir jetzt noch komm schon oh wie er schwitzt schlecht gespielt von ihm schade Gnabry eingewechselt oder? hat es auch nicht für einmal angespielt oh zum Glück aber wie gesagt wer hat auch nicht verdient wir haben zwei Alu Treffer also irgendwann oh zum Glück ist auch mal gut es war Gnabry Gnabry hat nicht gesagt ist ein Schuss danke für den Stellungsfehler danke für den Stellungsfehler die erste Halterzeit ist rum es gibt auch die Zeitspielfreunde würde ich sagen Statistik spricht ja auch komplett für uns ach wird er noch als faul gewertet nur weil er versucht so blöd da durchzurennen wenn ich glaube Musa war es oh jetzt geht die Scheiße los es wird auch gar nicht wieder durchrennen genau jetzt muss ich wieder drauf achten wo er hinspielt oh zum Glück ich hatte auch tausendmal auf Klärn gedrückt als ich mit Zuckra ich hab's eigentlich gut verteidigt ich hab tausendmal auf Klärn gedrückt mit Zuckra des er macht halt nichts der Gegner kommt an den Ball dann haben wir einfach das Glück dass er verschießt ist auch verdient wie gesagt immer noch meiner Meinung nach die Führung aber wir haben trotzdem schon Glück also das kann ja auch ganz anders laufen ok lässt er den jetzt ungedeckt damit oder nicht er lässt ihn ungedeckt dann nehmen wir ihn an oh so geil gespielt und dann ist der Pass zu weit von Werner kacke es war aber so genial gespielt so ein schöner Pass von Alessandrini äh so ein schöner Laufweg von Alessandrini und Werner macht den Pass einen Tick zu weit aber warum gehen eigentlich nicht auf Zeit verdammt nochmal der Gegner macht es mir gerade so leicht verdammt komm komm ich hab's schon so oft bereut nicht auf Zeit gegangen zu sein jetzt gehst du auf Zeit verdammt nochmal es ist so schwer sich da einfach auch selber zu überreden das zu machen und nicht doch aufs Tor zu gehen weil es irgendwie geil aufs Tor zu gehen ist aber vielleicht auch kein Gegentor ich will gewinnen verdammt also dem ist jeder jede Niederlage oder jeder Sieg weniger bedeutet ja ich muss mindestens ein Spiel mehr machen um auf elf Siege zu kommen was Minimum ist ok geht gleich kein Bock mehr ist ok Vorlagen Alessandrini Kimmich Ach Werner hätte alleine schon zwei Tore wieder machen können naja ist egal ist das erste Spiel gewesen ich werde ihn noch ein bisschen testen hat sich eigentlich wieder gut angefühlt hat halt aber halt die Abflüsse nicht gemacht und das Ding ist hätte Gnabry vielleicht die Abflüsse reingemacht in den Situationen ich weiß es nicht aber er hat halt einfach gute Chancen liegen gelassen der Werner das muss man schon sagen so Brasilien bisher noch kein Spiel mit ihm verloren aber wir hatten ja auch erst zwei ach ja halt er war ja auch noch verletzt so schauen wir mal Neymar mit seinem neuen Champions League Style im ersten Spiel habe ich jetzt nicht so viel gemerkt aber er hat auch immerhin zwei Scorer Punkte gemacht aber wie gesagt hat er auch als CDN da gespielt wo die zwei Scorer Punkte gemacht hat was wollte ich noch sagen oh Gott 91er Stürmer Lewandowski krasses Team einfach mal Aubameyang als MS aber ich werde mit euch der wechselt hier aufs 4-1-2-1-2 und spielt halt Aubameyang und Lewandowski in der Doppelspitze oder halt auch nicht zumindest noch nicht jetzt jetzt konzentrieren wir uns mal wir haben auch ein gutes Team und ich will denen zeigen dass uns das besser ist ich wollte eigentlich immer noch auf Raphael passen geiler Fehlpass auf jeden Fall zurück dann an und auf en Das wird glaube ich ein richtig krass heftig schweres Spiel und ich muss mich konzentrieren. Das ist ein richtig krass. Oh, wieder ein geiler Pass von Neymar und dann gibt es das Tor wieder nicht. Kein Scorer-Punkt. Das ärgert mich dann auch immer. Aber war geil von Neymar auf jeden Fall. Oh, fuck. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Sorry, aber was soll ich da machen? Sehe ich auch einfach keinen Fehler bei mir. Ich bin die ganze Zeit dran und er kriegt halt trotzdem jeden Verschüsseln Pass. Egal, es ist erst das 1-0. Der Pass war einfach katastrophig gespielt von Firmino, deswegen hat er Neymar dann das Problem mit der Ballannahme. Egal, es ist ein 1-0. Er ist aber halt auch ziemlich krass dran die ganze Zeit, muss man sagen. Ja und dann ist er somit. Vielen Dank. Oh, wieder so ein Kacklaufpass, ey. Nice luck. Okay. Oh, mir gefällt mein Spiel gerade ganz gut, muss ich zugeben. In diesem Moment habe ich keine andere Möglichkeit gesehen als zu flanken, bringt halt einfach nie was, ist zum Kotzen. Schön mit der Hacke, aber egal, wieder gut gespielt. Und der ist halt nur auf Condor and Pace, das ist halt echt ein bisschen traurig, aber was sollst. Und da lackt sich kein zweites Tor, sehr gut. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wir haben es noch nur zweimal geschossen, aber ich teste trotzdem mal das 4-1-2-1-2. Aber vielleicht ist es damit ja noch leichter. Spielt Schmelzer fällt mir gerade auf. Spielt Schmelzer fällt mir gerade auf. So. 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 Oh, Wichser. Scheiß Lewandowski. Einfach nur aus dem Stand so ein Ding raushauen. So ein Kotzen. Oh, Mann, nee. Muss ich denn immer gegen solche Mannschaften verlieren? Gegen solche Teams? Ja, das ist kein VLS klar. Oh, der wäre jetzt schon wieder gefoult von David Lewis. Kein Ball in der Nähe. Fick dich, es war Ball gespielt. Jetzt kotzt es mich schon wieder an, nee. Ich glaube, ich breche dann das Spiel hier auch einfach ab, weil es mich Zeit kostet, wenn dieses 3-0 fällt. Mich das sowieso nur aufregt und ich... Okay, beim 2-0 muss ich leider weiterspielen. Aber ich werde jetzt trotzdem mal aufs 4-2-3-1 wieder wechseln. Oder es hat ja eigentlich ganz gerade ganz gut geklappt. Oh, fuck, Mann. Ich werde auf jeden Fall wechseln. Fuck, wieso kann ich denn nicht ruhig bleiben in so einem Spiel? Ist doch scheißegal. Ist doch nur ein beschissenes Spiel, Mann. Ich schaff's einfach nicht, ruhig zu bleiben. Es kotzt mich an. Ich will einfach in Ruhe meinen Stiefel runterspielen. Bleib doch einfach ruhig, Mann. Weiß ich nicht, wo das ein Foul war. Ich weiß nicht, warum er einfach nur durchrennen kann. Ich kapier's einfach nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Keine Ahnung, warum Alessandrini nicht macht. So, schnell. So, ich tos jetzt… Ich komme zu wechseln. Das war's für heute. Egal, es ist nur Zeitverschwendung. Komm, es bringt mir doch eh nichts. Verliert das Spiel. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.